Da kann man da durchschießen durch die Wand. Da steht auch in rechts. Was? Wo standst du? Da bist du auch tot. Die Überraschung gegeben. Oh Gott. So, hallo und herzlich willkommen zu deinem DayZ-Video auf meinem Kanal. Ich bin hier mit meinem Mate, meinem Bruder, in Elektro unterwegs. Und wir machen hier etwas PvP und wie er gerade gesehen hat, ist mein Bruder gestorben, geholt worden durch meinen Fehler, da ich nicht richtig aufgepasst hatte. Und ja, wir haben die zwei werten Herren, die dort oben in dem Haus gerade eben saßen, in das Haus hineinlaufen sehen. Denn sie wollten eine andere Partei unter Beschuss nehmen. Und ja, dann wollten wir diese rushen. Mein Bruder ist da dabei drauf gegangen. Und jetzt werde ich mich an den beiden für den Tod meines Bruders rächen. Viel Spaß mit dem Video. Ich bin hier. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.